hallo liebe die freunde zu einer neuen ausgabe von foundation ja wir haben jetzt hier die schäferei gebaut werden jetzt praktisch umsiedeln dazu brauchen ein paar schafe hier die werden nicht groß werden und dann reißen wir diese wirkliche ab mit unserem wohnviertel erweitern können das ist das ziel eigentlich auch sehr knapp gebaut hier alles grau und dann wird früher oder später dass die felder hier nach oben wandern hierüber damit wir hier mehr platz bekommen gut es sieht jetzt nicht so schlecht aus ja ist richtig aber brauchen platz für unsere siedlung ich weiß nicht so genau dass das alles so eng ist schauen wir mal hier ein bisschen wieder so alle ausgebildet das passt ich sagen jetzt alle bitte natürlich klar wenn man denn schon warum lässt ihr mich nicht holz liefern wo ist deinem und wen so hat der hier Warte mal, hier Holz kann ich nicht sammeln. Was sammelt denn das Holz eigentlich? Da, Holz. So, wir können das jetzt abreißen, würde ich sagen. Sehr gut. Dann machen wir hier die Wohnfläche weiter. So. Oh. Sehr gut. So, wir schauen gerade. Ja, wir müssen da hinten ein paar Stände hin setzen, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Zum Beispiel hier hin. Und zwar... So. 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 Jetzt haben wir das Holz geliefert. Sehr gut. Jetzt haben wir hier... Na ja. Gut. Die Soldaten sind noch unterwegs. Ähm... Ja. Treine. Oh, ja. Ich hab's ja blind gesetzt. Okay, und zwar nicht. Okay. Schaut eigentlich ein Getreide aus. Müssen wir noch mehr Felder bauen? Oder schaut es aus? 165. Ja. Geht. Mach mal hier. Ach so, genau. Weizen 0. Haben wir echt kein Weizen hier oder was? Okay. Hm. Ja, Zierde. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Oh, da ist wieder ein Weg dazu. Das ist natürlich blöd. Und beide kann ja da bleiben, oder? Eigentlich. Ja, die holzt die Welle nicht ab. Das ist das Problem. Ja. Jetzt mal auf das Buch schauen. Müssen wir hier noch zum Freischalten. Oh, eine Jagdhütte, eine Waffenschmiede. Das ist ja gut. Nehmen wir Jagdhütte, Waffenschmiede und den hölzernen Wertwurm, bitte. So, was haben wir hier? Oh, Jagdgebiete. Aha. Interessant, das ist neu, okay. So, bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Wieberei, Schneiderei, Dorfgürte, Braumerei. Die Jagdhütte. Die Jagdhütte. Bäckerei, Milchhof. Die Jagdhütte. Auf das Jagdgebiet könnten wir da hinten hinsetzen. Wenn wir hier das jetzt mal auflösen, bitte. Das da. Genau. Oder ein Forsthaus. Ja. Ich setz mal da hinten hin. Was haben wir sonst noch? Ich setz mal da hinten hin. Das war der falsche Stand. So bitte, na? Den schon, den schon. So ist besser. Na? Oh, der Klopf. So. Ein bisschen siegreich. Ja, dann weiter, bitte. Das Forsthaus, das kommt weg. So. So. Schwierig. So. Hier kommt noch eine Fahne hin. Das ist nichts. So. So. Ich brauche das hier hin, würde ich sagen. Und dann machen wir hier jetzt dann keine Weberei. Käse, ich will ja... Ja. Ich will eine Weizenfarbe haben. So. Dann nehmen wir mal bitte den Klerus. So, Beförderung verfügbar. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Schwung. 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 Dann machen wir hier noch ein bisschen. Das muss dann erstmal wieder reichen, würde ich sagen. So, das reicht. Siegreich, der wieder angreift, natürlich, ist klar. Das ist der erste Hütte frei geworden, der Muffin ist so. Genau, das ist ein bisschen weg. Das ist der erste Hütte frei geworden. Ja, wir brauchen ein neues Lagerhaus, weil das wird voll langsam. Das ist das Problem. Speichern, glaube ich, geht noch. Ja. Warte mal, ein neues Lagerhaus. Vielleicht hier vorne gleich. Ja, das müsste gehen, oder? Warte mal, ne, 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 warte mal, langsam. Nochmal gucken, Lagerhaus. Ja, wir setzen das hier hin, hinter dem Friedhof. Bauen. So. Oh ja, wir wollten eine Kirche bauen. Eine Kirche. Die setzen wir mal hier hin, würde ich sagen. Ein Gotteshaus. Kabe Kirche. Dort ist Kirche, genau. Die kommt hier hin. So, dann machen wir hier den Turm hin. Ähm, den Turm setzen wir hier hin, würde ich sagen. Kreuz, genau. Eingang, machen wir hier hin. So ist besser, genau. Halt. Ja, die Schafarm, die ist halt da ein bisschen unpraktisch. Ist klar, das wird sowieso weggehen, wenn wir hier weiter ausbauen. Ja, da. Audienz, ähm, vom Mönch. Was will er? 50 Bretter schon wieder. Ich helfe dem Klerus. Lauf. Machen wir wieder eine Schafzucht auf. Schäfferei, die setzen wir hier hin. Oder hier oben, genau. Da oben. Erstmal. Genau, dann machen wir hier nämlich dann weiter Wohngebäude hin. Hier. Wenn das mal weg ist, dann wird sowieso der Wert ansteigen. So, da ist fertig. Wir können jetzt hier drei Bauern zuweisen. Und dann machen wir hier das Erntefeld hin. Und dann machen wir hier das Erntefeld hin. Erstmal stehen, würde ich sagen. Dann sind wir beim Abholzen, sind wir beim Aufforsten wieder mit. Hört's hier aus? Oh ja. Dann müssen wir dann wieder das Kone vergeben. Hier. 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 Da wird langsam, ne? Und ein kleines Dörfchen. Ja, Gottesdienstmangel ist mir schon klar. Dann bauen wir ja was. Keine Panik. Hier können wir noch ein bisschen Deko anbringen, sehe ich gerade. Ja. Hier zum Beispiel. Holzdachelsaare. Gut, wir könnten ja um das Ding jetzt eine Holzpalisade ziehen. Aber das Problem ist, wir werden ja immer größer, ne? Das macht auch keinen Sinn. Oh Gott, schlechtes Wetter. Bravo. Da muss ich wie immer eigentlich auswählen. Kann ich die nicht einfach hier mal... Warte. Nein, wir sind tatsächlich immer wieder Außerwählsaufruf. So. Zum Beispiel. Bäumchen noch, ich will sagen, noch ein Bäumchen, so, gut, ja, fertig, nein, noch nicht, ich will ein Herrenhaus noch bauen da hinten, hier, an der Stelle würde ich sagen, ein Herrenhaus ist auf jeden Fall wichtig, warte mal, machen wir das so, mit Kamin, natürlich, ist klar, ist das hier, also Steinzeit, ohne Eingang, wollen wir noch, so, 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 genau, und dann reißen wir das jetzt weg, einmal bitte, und dann steigt hier nämlich auch die Qualität wieder hier, gut, dann sind wir wieder fertig für diese Folge, ich hoffe, es war wieder unterhaltsam, wenn ja, Daumen da lassen, und Abo, nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weitere Folge, und rechts um die Playlist, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, bis dahin sage ich, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal.